Der letzte Stafel kommt. Im ersten Umlauf nur ein Fünftepunkt in der Meisterschaft. Sie können sich selbst ausrechnen, was dies bedeutet. Mit dem Holstein hängt Pug de Coeur vom Räderfeinmannheim Lüttger Baerbaum. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Der letzte Stafel ist ein Fünftepunkt in der Meisterschaft. Coup de Coeur. Europameisterschaftsfünfter, dreimal deutscher Meister, 121 Platzierungen in Worldcup-Springen-Nationenpreisen und großen Preisen. Davon 16 Siege, bald 550.000 Euro Gewinnsumme. Coup de Coeur gehört zum erlauchten Kreis der erfolgreichsten Springhengste überhaupt. Der Vater Calido I, selbst ein Sohn des berühmten Cantus, zählt zu den Aushängeschildern der Holsteiner Zucht. Aus der Mutter Adele stammen die gekürten Russell mit Nixkelten und weitere sechs Ess-Springpferde. Mit Coup de Coeur stellte er 2012 den Springsiege der nordrhein-westfälischen Körung. Damit erhöht sich die Zahl seiner gekürten Söhne, zu denen die Siegerhengste Coup d'Or, Coup de Alpe, der Reservesieger Cheval de Coeur und die Hengstmarktspitze Coeur de Cento gehören auf sechs. Aus seinen prämierten Töchtern ragt die Oldenburg-International-Reservestute Quintina raus. Die sportlichen Nachkommen des Coup de Coeur dominieren altersgemäß die Springpferdeprüfungen. Aus dem Stamm 42-32 kommen noch die gekürten Nassau, Santiago, Lohengrin und Fangball und die Spitzenjumper Jabberwocky und Marimbalasilla Santiago.